Lauf um dein Leben. Was? Ich hab mehr Volk gekommen als Lauf um dein Leben. Ich hab's gar nicht gecheckt. Hallo. Willkommen zum nächsten Part von Ori and the Blind from the West. Und... Was ist zu sehen? Lauf. 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 Oh nein. Ich versteh aber nicht was du mitbringen sagst. Ich meine jetzt, so, und jetzt. Ich will mal kurz gucken, was ist da, was wir machen müssen. Wir sind das hier kaputt machen, ne? Wo sieht es irgendwie nicht aus? Alter, das kommt verpissig. Wir müssen das kaputt machen. Oh Gott, da müssen wir das Ganze. Alles. Wirklich. Und der eine Pflanze. Also, diese scheiß Viecher nerven aber auch. Aber. Aber. Hallo? Ja, aber jetzt komme ich hier nicht hoch, ich verstehe es nicht. Ah, hier komme ich auch hoch. Hm. Das wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Nicht so. Ich bin Dank. Ich bin Dank. Ich bin Dank. Ich kann jetzt mal nur ein kleines Meer bet excelent. Hier bin ich hier bei. So. Okay, ich hab's. Geil. Geil. Ja, ist ja die Frage, ne? Ah, jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erlegt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Lauf um dein Licht. Was? Ich hab mehr Erfolg bekommen, nein, ich hab's gar nicht gecheckt. Wieso? Mich haben doch geholfen. Wieso wollt ihr uns jetzt töten? Ach komm, hab ich das. Als ob ich jetzt so ne Scheiße hier auch noch machen muss. Ah, ich hab's geholfen. Hey, what the fuck? Tschau. H pack. Okay. Tee. 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 Nennt doch also nennt das nicht! WTF Aaaaah! Ah, nicht da so. Nämndo! es ist viel zu schwer alter übertreiben aber ich mich hier scheiß Affenvieh auch noch Ach du Scheiße! Also! Nein! Wie? Checkpoint? Checkpoint! Es gibt einen Checkpoint an dem Spiel! Aber Leute, ich habe nicht erwartet, dass es jemals in diesem Scheiß-Spiel endlich mal ein Checkpoint gibt, mein Handy. Super! Super-Timing-Handy! Oh! Komm schon wieder! Halt, ob da nie was kommt, wenn ich was brauche! Okay, jetzt klingt mein Handy. Was ist das für eine abgefuckte? Scheiße! Okay! Bis gleich! Ich hasse dieses Timing von Anrufen und so. Ich glaube, wir sind jetzt tot. Oder? 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 Schaffe ich es nicht? Nein! Er hat nicht! Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe die verfickte! Jetzt übrüht mein Handy schon wieder. Was soll das eigentlich? Jetzt lange dann reicht's. Halt auf! Aber hör! Jeder soll einfach aufhören mir jetzt zu schreiben. Ich bin gerade Ori. Ich bin nicht der, der ich sonst bin. Ich bin tot. Oh! Ich bin... Damit machen wir noch einen Karten. Okay! Komm schon, wir müssen... Was ist das so? Eigentlich muss ich ehrlich sagen, dass ich finde, ich stelle sogar... Richtig cool! Wenn man nicht verricken würde! Aber es zerstört halt... Man verreckt halt immer. Ist das dumm. Ist das schwierig. Ist halt einfach so schwer. Aber es ist cool, wenn man schafft. Dann sieht man richtig profihaft aus. So ein richtiger Zock. Aber leider... Mit wird mein Handy schon wieder. Ich hab keine Angst. Man, jetzt komm! Verfickte Scheiße! Wieso? Die Dinger kommen irgendwie nicht gescheit. Jetzt kommt erst eins. Jetzt so spät. Und jetzt muss ich wieder auf eins warten. Und dann kommt da eins. Alter! Ist das ne verfluchte Scheiße! Ich glaub ich hab was verpasst, was ich mitnehmen wollte. Nein! Da ist... Jetzt bin ich... Was denn? Wieso sind da so viele von diesen Scheiß Dingern, die mir richtig viele Punkte geben? Als ob dieses Ding jetzt... Ich hab jetzt vielleicht ja noch 10 Jahre stehen, weil ich denke es wird... Das kann doch noch ein wenig dauern. Wenigstens hab ich einen Chat angekommen. Das hat das Spiel mir Hauptsache gegeben. Würde ich mal sagen. Wenn ich scheiße auch die Regeln hier... Okay, los. Ich will es schrauben, bis zum ersten Mal in Kamera. Also... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja ich nicht. Alter! Perfekte Scheiße. Ah, ich raste aus. Als ob, Alter. Ich habe jetzt aber auch eine Idee, wie ich es glaube ich schaffe. Als ob ich jetzt... Hä, wieso ist der jetzt so schnell runter? Ach komm, Scheiße. Die sind nicht so wichtig. Da gibt es wichtigere... Sachen wie das hier. Die sind nicht so wichtig. Die sind nicht so wichtig. Ah! Ich geh nach euch. Ich geh nach euch hin. Ich geh nach euch hin. Oh, Mann. Oh, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ist schon cool. Spiegel, Spaß. Wir können jetzt einfach... Also. Ah, ja toll. Es gibt immer auch solche Scheißdinger. Ich krieg keine Luft mehr. Guck mal, das bringt mir eh nichts. Oh, hier muss ich wahrscheinlich... Hier muss ich lang, herrlich. Okay. Jo, und dann sind wir da irgendwie runtergefahren und sind jetzt hier. Auf der komplett falschen Seite. Wow. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wie schön es ist. Sind kaum mehr Gegner. Kaum mehr Gegner. Du kleines Arschloch. Nerv mich nicht. Okay. Ich hab schon befürchtet. Wir müssen ja unter Wasser. Jetzt einiges machen. Aber ich glaube wir können hier hoch und... Ich dachte hier ist nur ein Easter Egg. Äh Easter Egg vor allem ähm... Geheimnis. Okay, hier können wir auch nichts machen. Okay. Okay. Ja. Kann man unter Wasser Nein Ich kann unter Wasser nicht Oh, jetzt geht er hier zu Warte Oh, wir haben Fähigkeiten F-Zins Halbiert die Kosten der Stichflamme Keine Ahnung was ne Stichflamme ist, aber ok Ich bin doch gerade nur dumm, aber ich kann Komm schon, komm schon, nein Ich bin doch nicht Ich bin doch nicht Ich bin doch nicht Ok, Leute, sieht ganz cool aus, für uns, dann würde ich sagen, war hier nicht bei dieses Arsch, die Hälfte geschafft als Erfolg. Ok, wir müssen einfach die ganzen Wege zurück und dann können wir dort irgendwann wahrscheinlich lang, oder, ich verstehe den Weg sonst nicht, hier unten vielleicht, ne, wir gehen halt komplett in die falsche Richtung. Ok, ich muss doch schon ein bisschen, wahrscheinlich gehen wir doch irgendwie so die kleinen, ach, keine Ahnung, sehen wir. Scheiß Ernst. Ich hab jetzt nicht mehr... Ah... ... 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 vom spiel gehe ich mal davon aus unter 72 tode ist ja nicht viel und wir haben 1 von 33 dingern die ich nicht mal weiß was das ist und ein wir haben fast die hälfte von unseren attacken oder ist ja okay bis zum nächsten bad und ciao ja